Oh man, ich muss mich echt bei allen dem Sergeant Bescheid sagen. Hoffentlich hauen die Typen jetzt nicht ab. Sergeant! Ah, Sergeant, gut, dass ich dich gefunden habe. Ich habe die Typen gefunden, die den alten Engineer umgebracht haben. Ganz ruhiger Täter, wo sind sie? Beim alten Leuchtturm. Sie müssen unbedingt jemanden dorthin schicken. Alles klar, wir werden jemanden dorthin schicken. Aber lesen Sie sich in der Zwischenzeit mal den Brief durch, den ich Ihnen hingelegt habe. Alles klar, werde ich machen. Kuckuck, hier ist die Küstenwache. Untertitelung des ZDF, 2020 Interessant. Was haben wir denn hier? Das Schaltkreisehandbuch der hohen Redstone-Schule. Allgemeines zum Redstone-Erz. Vorkommen in Gesteinsschichten 1 bis 16. Aha. Ja, Peter, sind Sie da? Redstone-Technik für Fallen und komplexe Elektronik. Oh, es hat geklopft. Ist bestimmt der Sergeant. Bin gleich da. Ja? Oh, Sergeant. Ah, Herr Detob. Gut, dass Sie da sind. Wir haben die Leute im Leuchtturm gefangen genommen. Okay, gut. Kann ich Sie sehen? Deswegen bin ich hier. Folgen Sie mir. Na dann mal los. Guten Tag, Herr Detob. Möchten Sie etwas kaufen? Nein, danke. Ich habe alles, was ich brauche. Also, Herr Detob. Sind Sie bereit? Dann wollen wir mal. Na dann, Herr Detob. Folgen Sie mir. Interessante Redstone-Schaltung. Hier entlang, Herr Detob. Ah, die Herren vom Fuhr. Was kann ich für Sie tun? Wir möchten mit den Gefangenen sprechen. Ah, die Gefangenen. Die sind da drin. Du kannst mich mal. Ja, du mich auch. Wir haben allerdings schlechte Nachrichten. Wir konnten nicht alle erwischen. Ein paar sind bei der Festnahme draufgegangen oder geflohen. Das ist unerfreulich zu hören. Allerdings tut das jetzt nichts zur Sache. Wir werden sie jetzt verhören. Na dann, die Herren. Hier entlang. Das wird jetzt spannend. Ich werde euch gar nichts sagen. Du vielleicht nicht. Aber dein kleiner Freund hier wird reden. Hey. Und nimmt dem Typen die alberne Maske ab. Sie haben uns viel verraten. Aber nicht alles, wo zum Beispiel diese Falle ist. Oder wer Ihnen den Auftrag dazu gegeben hat. Ach übrigens, haben Sie den Brief durchgelesen, den ich Ihnen hingelegt habe? Oh Mist, den habe ich total vergessen. Ich werde ihn gleich nach dem Verhör durchlesen. Das schaffen wir hier schon alleine. Gehen Sie jetzt und lesen Sie den Brief durch. Alles klar. Viel Glück noch. Na dann, setzen wir das Verhör fort. Seid ihr bereit weiterzumachen? Wo hat er denn jetzt diesen Brief hingelegt? Ah, hier ist er doch. Dann wollen wir uns den Brief doch mal durchlesen. Sehr geehrter Herr J.D.Topp. Wir möchten Sie bitten, uns aus Ihrem Lager dringend benötigte Teile zu bringen. Die genaue Liste ist beigelegt. Sie gelangen mit Ihrem Weltenmanager zum Außenposten. Vielen Dank, Herr Voraus. Wollen wir doch mal schauen, ob wir die passenden Teile auf Lager haben. Also, wir benötigen ein bisschen Redstone-Staub. Ein paar Redstone-Verstärker. Und zu guter Letzt ein paar Redstone-Fackeln. Die müssten hier sein. Genau. Dann wollen wir uns doch mal unsere Ausrüstung anziehen und uns auf den Weg machen zum Außenposten. Mal schauen, an welchen abgelegenen Ort uns die Reise dieses Mal führt. Es regnet. Na toll. Jetzt muss ich nur noch den Typen finden, der mir den Brief geschrieben hat. Hallo? Jemand zu Hause? Der Außenposten scheint komplett verlassen zu sein. Aber von wem kommt dann der Brief? Vielleicht ist hier oben jemand? Mal schauen, was hier drin ist. Ein Spawner? Das sieht mir gar nicht nach einem Außenposten aus. Das sieht eher aus wie ein Versuchslabor. Komischer Ort. Ja, Detop, sind Sie das? Wo seid ihr? Hier oben. Seid ihr der Typ, der mir den Brief geschrieben hat? Bei was kann ich euch helfen? Ich komme am besten runter. Warten Sie da. Oh Mann, was soll ich ihm nur erzählen? Er wird mich umbringen. Was willst du? Das Fuhr hat ein paar Männer geschickt. Sie haben unser Lager überrannt. Wir hatten keine Chance. Ein paar wurden gefangen genommen. Du wachst es hierher zu kommen, mich zu enttäuschen. Bitte. Das Fuhr ist unbewacht. Der Engineer ist fort. Schnapp dir ein paar Männer und brenn das Fuhr bis auf die Grundfesten nieder und bring mir den Kopf des Sargeants. Zu Befehl. Ganz schön schwer, so tief zu sprechen. Aber immerhin, ich werde meine Rache am Sarge bekommen. Indem ich so tue, als wäre ich ein Dämon. Diese Schmucklers sind wirklich zu blöd. Dämonen gibt's doch gar nicht. Aber wieder mal im neuen Schmuck. Steige. Das Aufmerksam ist mein Schmuck. Aufmerksam ist mein Schmuck. Ich freue mich. Ich freue mich.